Hoffnung durch das Wort Gottes. Hallo, liebe Freunde des Missionswerkes Mitternachtsruf. Ich grüße Sie. Wissen Sie, was ich hier in der Hand halte? Hoffnung. Das ist ein Buch der Hoffnung, das unser ganzes Leben trägt, Einblick gibt in die Ewigkeit. Hoffnung durch das Wort Gottes. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Wer keine Hoffnung hat, das vergleiche ich jetzt mal mit einer Blume, der das Sonnenlicht fehlt und die jämmerlich verkümmert. Hoffnung ist wichtig. Wo finde ich Hoffnung? Lebendige Hoffnung. Ich wiederhole mich. In diesem wunderbaren Buch. Haben Sie sich das mal vor Augen geführt, was die Bibel überhaupt ist? Die Bibel hat ungefähr, sagt man, 40 verschiedene Autoren, die zu ganz verschiedenen Zeiten lebten, in einem Zeitraum von 1500 Jahren. Die kamen aus verschiedenen Hintergründen, die kamen aus verschiedenen Kulturen. Es waren ganz verschiedene Autoren, die die Bibel geschrieben haben. Ich zähle mal einige auf. Fischer, Bauern, Beamte, Handwerker, Theologen, Hirten, ein Arzt, Zöllner, Könige. Also ganz verschiedene Leute an ganz verschiedenen Orten, an ganz verschiedenen Ländern. In Babylon zum Beispiel oder in anderen Ländern, in denen sie verschleppt waren, zum Teil gefangen gewesen sind. Und die Bibel ist verfasst in drei verschiedenen Sprachen. Das ist doch interessant. Wissen Sie, was das Interessante ist? Wenn Sie die Bibel lesen, hat sie einen roten Faden, als hätte sie ein Autor geschrieben. Als hätte ein Mensch oder eine Person da gesessen und hätte die Bibel geschrieben. Vom ersten Mosebuch bis zur Offenbarung. Ein roter Faden. Eine Geschichte. Eine spannende Geschichte. Und tatsächlich, die Bibel hat einen roten Faden und sie hat einen Autor. Und dieser Autor heißt Gott, der all diese Menschen, diese ungefähr 40 Autoren der Bibel, inspiriert hat durch seinen Heiligen Geist. Und er vermittelt uns Hoffnung. Hoffnung auf Jesus Christus, über Jesus Christus, über sein Sterben und seine Auferstehung im Blick auf seine Wiederkunft. Es ist übrigens auch interessant, wie die Bibel geografisch geschichtliche Hinweise gibt, Jahreszahlen angibt, Königreiche erwähnt, Weltherrscher erwähnt. Und es ist frappierend, wie genau das alles passt. 40 Autoren in 1500 Jahren. Wenn das heute geschehen würde, das würde ja ein Kuddelmuddel werden. Ein Durcheinander. Aber ich sage es noch einmal, die Bibel hat einen roten Faden. Und darum möchte ich Ihnen lesen, Kolosser Kapitel 1, Vers 5. Und damit schließe ich dann auch schon, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt, und jetzt kommt es, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hoffnung durch das Wort Gottes. Nehmen Sie die Bibel in die Hand. Schlagen Sie sie auf. Lesen Sie sie. Werden Sie konfrontiert. Mit der lebendigen Hoffnung, die Gott Ihnen in, über, durch Jesus Christus vermittelt.